Hallo Leute, willkommen zurück! Bei einem weiteren Tutorial, ach äh, let's play! Wir aufhören ein Fail! Mit einem Special! Ähm, ähm, aufhören Creeper! Nein, nicht mal wie das so ein Biss gab! Warte, komm, ich töte den! Weg, weg! Alle töten, nur den Creeper killen hier! Creeper, explodier, 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 explodier! Ich hab's geschafft! Wie langweiler! Oh, das erste Mal den Creeper überlebt, ey! Yeah, hey! Nochmal! Nochmal! Nein, nicht doch mal! Hä? Oh! Ey! Die Aufnahme ist dran und ihr fällt nur! Das musste es aber echt nicht sein! Was denn? Und gerufen! Das musste sein! Nein! Nein! Jetzt bin ich gleich tot gewesen, fast! Nochmal! Oh, der Schalter! David! David, was hast du getan? Also wirklich? Ey, ja! Was kann ich dafür, wenn Fabian nicht zielt? Und nur so als Info, die alte Map mit gespeichert, zum Teil ist am Arsch, weil nicht gespeichert, das war kein Deutsch! Hilfe! Hilfe, 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 Monster! Hoi Gott, Hilfe! Wo frag david halt das Maul? Verdammt, Alter! das war da hinten an oh nein David, das hast du jetzt schon wieder angestellt viel Spaß beim killen ich bin im Haus hier drin Alter David was hast du getan? ich hab ein paar, naja gespawnt hey David, da musst du jetzt durch ne? ja, wodurch? ne, die zu killen David, dürft ihr mal nö, ich ess das nach Ruhe Alter Junge, nein es hat nur ein Herz wegen dir, du Arsch Abflug lock die vom Haus weg die gehen auf mich kill sie, kill sie los geht auf David, geht auf David geht immer auf David das ist immer das beste Ziel nicht zu mir jetzt die anderen, komm warte, ich muss kurz essen sooo, jetzt können wir ich bin wieder creeper ich seid immer nur an Scheiße bauen das ist David, ich find's nicht ja, ja, ja im Allerhöhung nicht gering ja ganz in Ordnung war ich weil du zufällig bist ne, Jeco, z.B. oder hoax sein love schon doch gerne Pflege geht jetzt Jahrhundert spricht nicht und geht's Läden wir haben anders, aber auch kann man nur schön sie machen wie können wir auch und machen und ist nicht ist ja nicht weit weg. Oh, ein NPC! Autsch. Ein NPC! Oh Mann! Vielleicht habt ihr ja gute Items. Ja, du! Hat jemand vor euch das? Hm? Oh, du kleine Tratz, ey! Brauchen wir nur einen Schalter. Ich weiß schon, wie ich die Folge hernenne. Nur Scheiße im Kopf. Ja. David! David! Was ist das? Hilfe! Bei uns ist die Kacke ja nur am Dampfen. Weiß ja bloß auf ihr Leben! Tja, wenn ich ganz geschild das Haus weiterbaue. Ja, mach ruhig. Viel Spaß! Wir brauchen einen Bogen. Los, wir locken uns hier zu Fabi! Nein, 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 nein! Nicht zum Auslocken, nein! Sonst geht das Haus kaputt. Bestes Schutz ever! Wir brauchen einen Bogen, dann können wir die von der Ferne kaputt machen. Nein! Haben wir, ja, da! Sieben Seite! Wir brauchen noch ein bisschen. Ich brauch mal kurz ein paar Sticks, vor so ein paar Sticks. Da! Drei! Perfekt! Kannst mir noch drei Sticks zuwerfen, dann kann ich noch zwei den Bogen machen. Mach's nicht! Werf's nicht zu! Erfüll die Schnuckel! Was? Ich brauch noch drei Sticks! Ich brauch noch drei Sticks! Ja, ja! Danke! Nur Scheiß im Kopf! Ja, so kenn ich dich! Ja, doch Scheiß im Faden! Okay! Ich brauch noch drei Sticks! Wollen wir nur Pfeile! Pfeile haben wir! Ey, wo hast du den Bogen nicht geschlossen? Pfeile haben wir wie viele? Ich hab vier! Ich hab zwei! Na gut, komm! Die kommen immer näher! What the fuck! Ähm, ja, ich lockste alle weg und du killst sie dann! Fabi! David! 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 Ja! Weil mir ist die Scheiß am Dampen! Ja, mir folgen auch grad drei! Tja! Ja, drei! Mir folgen fünf! Ja, aber nicht drei Creep hintereinander! Oh! Tja! Und wir kommen immer näher ins Haus! Äh, ja, ich weiß! Tja! Die expliziert hat aber wer! Tja! Passt schon! Tja! Creeper! Jetzt muss ich aber auch mal zu euch rauskommen! Leck! Ich brauch Sand! Ja, äh, hier liegt genug! Äh, hier liegt genug! Bedien dich! Ja! Oh, ii! What the fuck! Alter! Ne, ne, ich hab Sand genug! Okay, der größte Teil ist weg! Ich muss trotzdem was essen! Ich hab'n wieder kaum Essen! So! Co macht Mo! Jetzt freu ich mich grad wer Hebelgift ist! Ich! Ja, Lautmann! N' Zombie ohne Skelett! Äh, Quatsch! Skelett ohne, äh, Bogen meinte ich! Weiß! Hab' ich so eingestellt! Ich kann doch keinen Schaden anrichten! Doch, das ist richtig Schaden! Doch, das ist richtig Schaden! Ja, aber... Es geht nicht! Es war mehr als nur mit so'n Scheißbogen! Ne, mit nem Bogen macht das noch mehr Schaden wegen Hits! Das... Das die Hits nicht vergessen! Die Hits tun deine Hits! Die Hits tun deine Hits! Steh, hip! Okay! Nochmal, ja, ne? Ja! Alter, Junge! Oh, sorry! Ähm... Ja! Ja! Wir machen hier Freestyle zusammen! Äh, ja! David macht das nicht noch einmal! Ja! Explodier bei ihm! Äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich helfe dir jetzt nicht! Du hast gespawnt! Oh, ich war getötet worden! Tja... Pass auf's und so mit David... Äh... Verdammt nur 3! Boah, die Command-Blöcke sind doch ganz... Ja, die kriegen keine Explosionsschaden! Find ich geil! David ist an allen Schuld! Ja, ja, ja! Immer mir die Schuld geben, ne? Du hast die Dinger gesprochen! Ja, 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 ja! Immer auf mich schieben! Könnt ihr am besten! Alle drei! Alle zwei! Könnt ihr alle am besten! Ja, wenn du doch immer bist! Ja, 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 ja! Immer bin ich's natürlich! Ja, wenn du doch immer bist! Ja, 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 ja! Immer auf mich schieben! Ja, ja! Wir haben alles auf Video! Kannst dich nicht ausreden! Ja, komm! Immer auf mich schieben! Ja, komm! Immer auf mich schieben! Was? Ey, der heckt doch! Ey, du bist da! Ey, du bist da! Ey, du bist da! Ey, du bist da grad hier drin! Ich weiß! Ich weiß! Mh, dafür brauch ich keinen Game Mode! Oh! Bobby! Junge, hör auf! Oh! Du Keulisches! Wie eine große Familie! Oh! Wie eine große Familie! Killen wir uns alle gegenseitig! Jo, immer doch! David, es soll! Wie es in einer Familie sein muss! Immer auf mich schieben! Die alle am besten! Allesamt! Ja, wenn das doch so ist! Ja, komm! Schieb weiter auf mich! Wenn das doch so ist! Ja, komm! Schieb weiter auf mich! Mhm! So! Sieht zwar ein bisschen unnatürlich aus, aber... Ist heile! Oh, je, ist da noch ein Loch! Okay, ich hab Progengebung! Stimmt, ich wollte irgendwas machen, ne? Ja! Ah! Das wollte ich machen! Ja, David, jetzt sieht's schön aus! Öp! Ihr seid doch so behindert, du Kinder! Oh! Ihr seid so behindert im Kopf! Das ist unfassbar! Ha! Ha! Oh, weiste! Du Junge! Du bist so hobbylos! Du bist wirklich so hobbylos im Kopf! Das war ich nicht! David? Ja! Ha! Wenn wir schon alle so anfangen, geh ich auch in Game Mode! Das war cool! Ich bin nicht mal in Game Mode! Bobby, geh weg! Ich bin im Game Mode, ich will nur reparieren hier! Ja, ich reparier der gleich ein! Ich muss doch immer nur pervers denken! Ja, sorry! Du aber auch! Dafür kann ich nichts, ich bin so geboren! Ja, sieht man! Ja, meine Schönheit ist unfalltreiflich! Wer hätte von Schönheit geredet? vergesse jetzt hat geht wohl nicht warte mal ich brauche dafür kein kommando Plotten ich mach da dauerhaft war auf das ist es scheiße jetzt mit ja das ist ein bisschen Oman wird schaffen gehen muss einsetzen immer kurz auf war nur scheiße habt ihr zwei umfassbar ich bin aus dem und sagt so wenn wir dann die wir können sein ja scheiße bauen können sei m ich habe drittst du das video heute noch hochladen oder erst morgen erst morgen ich hab noch andere Videos die ich hochladen muss von heute wieso wie lange sind wir eigentlich schon dran oh noch ein paar Minuten damit war ich nicht ich bin willkommen im Club Fabi was für Leid du durchleben musst oh man ey die Rese die Höllenquallen ähm David du bist ein richtiges Achterfeiß oder? das weiß ich das weiß er leider Gottes nur geändert hat sich daran nichts so sieht's aus irgendwas verrägt hier gerade ja die Viecher da unten ich hab die Idee warte mal gucken ob's geht slash gell so das kackt Skype auch noch ab juhu muss ausmachen ja aus oh man immer wenn Skype rumkackt kackt bei mir die ganze Anzeige von der CPU ab mit bis zum nächsten mal joa bis zum nächsten mal Showtime aaaaaaah so bis zum nächsten mal Leute joa bei den Veshitmacher bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal